Oliver, dir dann noch viel Erfolg bei deinem Termin. Jetzt aber weiß ich, du wirst aufmerksam lauschen, denn jetzt kommt Christian Kramer zu uns. Christian, da bist du auch schon. Du bist natürlich pünktlich on the dot hier dabei. Ja, super, wir können sagen, never change a running system. Wir beide haben ja jetzt schon die Freude, hier zum sechsten Mal die Zahlen zu verkünden des B2B-Barometers. Und wenn ich sage, die Freude, dann muss man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle einschränken. Es macht Spaß, mit dir die Zahlen zu präsentieren und zu analysieren und zu diskutieren. Aber nicht jede Zahl macht uns natürlich Spaß, weil wir sehen ja doch auch einiges an der Herausforderung. Aber erst mal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank, Kai. Ich freue mich natürlich wieder auch beim sechsten B2B-Barometer dabei zu sein. Und wir haben spannende Ergebnisse aus dem aktuellen Barometer dabei. Und ja, just do it. Ja, just do it, genau. Du sagst es und wir können darauf hinweisen für euch, wenn es euch ein bisschen schnell geht. Natürlich, es gibt das Video im Nachgang. Es gibt aber auch den kompletten B2B-Barometer quasi in dem Moment, sobald Christian und ich hier fertig sind, wird er auch dann auch veröffentlicht. Aber führt ihn euch erst zu Gemüte, wenn wir insgesamt die B2B-Best heute dann auch abgeschlossen haben. Weil es lohnt sich auch den anderen Referenten natürlich aufmerksam zu lauschen. Wie gesagt, du hast es so schön gesagt, just do it. Natürlich springen wir rein direkt in das Thema Studiensteckbriefe. Für diejenigen, die noch nie was von dem B2B-Barometer gehört haben, das hoffen wir natürlich, dass das vergleichsweise wenige sind. Aber was machen wir da gemeinsam mit Kreditreformen, quartalsweise nunmehr zum sechsten Mal? Wir haben eine gute Stichprobe hier, auf die ich gleich noch genauer eingehe, zu Rate gezogen, befragt mit Interviews. Diesmal eben zu zwei Themen, wenn man so will. Zum einen Fokusthema B2B-Marketing. Und wir haben natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation auch die Lage jetzt und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nochmals gesondert beleuchtet. Und wir richten uns hier ganz klar in unserem Sample an Führungskräfte. Und deswegen freuen wir uns so sehr, dass wir hier doch die in großer Zahl befragen können. In etwa paritätisch Großhändler und Hersteller. Branchen übergreifend, wie man hier sieht. Unternehmensgrößen übergreifend. Und es gibt uns, glaube ich, sehr spannende Möglichkeiten, dann auch für eine tiefergehende Analyse. Und beim ersten Teil, und da bin ich immer auf deine Einschätzung auch gespannt, ich hätte jetzt fast gesagt, Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Auf den ersten Blick ja doch ein bisschen verwunderlich. Wir erinnern uns, wir haben in Q1 befragt Anfang Februar, also in der ersten Februar-Hälfte. Da war noch der erste Schuss noch nicht gefallen in der Ukraine. Und jetzt haben wir die Ergebnisse, wir haben diesmal befragt in der zweiten April-Hälfte, also Ende April. Und die Veränderungen sind erstmal marginal. Sind erstmal marginal, aber es war genau richtig von denen gerade aufzuzeigen, wann die Befragung war. Ich glaube, hätten wir Anfang März die Befragung durchgeführt, dann wäre das Ergebnis noch deutlich anders ausgefallen. Die Zahlen, als wir sie letzte Woche bekommen haben, das erste Mal, ich war sehr überrascht, weil es ist eigentlich nicht das Bild, was ich draußen wahrnehme. Reflektiert muss man allerdings sagen, der Großhandelhersteller haben schon immer so ein bisschen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft dargestellt. Und das zeigt an der Stelle, dass der Großhandel sehr resilient ist, sehr robust ist und dort mit Widerständen umgehen kann. Und zum anderen, als jetzt vorgestern auch noch das IFO-Institut das aktuelle Konjunkturbarobete ausgegeben hat, das zeigt an der Stelle ebenfalls, dass die Stimmung gar nicht so schlecht ist. Aber als ich es letzte Woche erst einmal gesehen habe, war ich erst einmal ein bisschen verdutzt, konnte damit nicht so richtig viel anfangen. Aber wenn man da ein bisschen tiefer schaut, dann macht es Sinn und ist eine schöne Entwicklung und zeigt, dass der Großhandel sehr stark in Deutschland ist. Ja, das in der Tat und es wäre wahrscheinlich, das hast du angesprochen, ein bisschen anders von den Werten auch gewesen. Hätten wir jetzt Anfang April befragt. Das muss man immer vor dem Auge haben. Aber, und das freut mich ja hier besonders, auch was wir hier sehen, es führt kein Weg an dem Thema Digitalisierung vorbei. Und das haben die Unternehmen erkannt. Und sie geben weiterhin, egal was da draußen passiert, sie geben weiterhin Gas. Freut mich ebenfalls zu sehen, ganz klar, die Corona-Krise hat die Digitalisierung ganz klar nach vorne befeuert. Auch im B2B-Bereich wird das Thema digitale Antragsstrecke immer wichtiger. Und deshalb ist es auch nur richtig, dass der Fokus weiterhin auf das Thema gelegt wird und auch von den Unternehmen verfolgt wird. Ja, das soll es auch hier im Vergleich gewesen sein, weil wir doch sehen, sehr stabile Entwicklungen insgesamt, sowohl die Stimmungslage als auch die Digitalisierungsbemühungen. Aber natürlich haben wir jetzt alle und da keine Veranstaltung kommt, kommt inzwischen ja umhin, zu schauen, was bedeutet das, was wir in der Ukraine erleben, aus der Ferne zum Glück erleben. Was bedeutet das für uns wirtschaftlich? Natürlich können wir bei so einer Veranstaltung, wie heute, jetzt nicht über die humanitären Folgen diskutieren. Wir, ohne die jetzt außen vor lassen zu wollen, aber wir sprechen über die Auswirkungen wirtschaftlicher Art und was wir hier natürlich sehen und das erleben wir ja hier eigentlich tagtäglich, auch wenn es gestern so wieder so ein bisschen an den Zappsäulen zurückgependet ist, aber wir erleben es ja sowohl im Supermarkt als auch an den Zappsäulen hier. Und hier an der Stelle, glaube ich, auch gerade interessant zu sehen, die Perspektive nach vorne, was kommt dann noch auf uns zu im laufenden Jahr? Also jede Menge Preiserhöhung, kann man so sagen und wahrscheinlich eine Einschätzung, der du jetzt auch nicht vehement widersprechen wirst. Fällt mir auf jeden Fall schwer, definitiv. Nee, aber wie du schon sagst, das ist das Bild, was ich auch draußen wahrnehme. Wenn ich bei dem Slide vorher gesagt habe, da war ich überrascht, das sind Themen, die hat man so erwartet, in der deutlichen Ausprägung dann nun doch wieder nicht, dass wir uns letztendlich zehnmal im Jahr gegenüber einer Preiserhöhung im Durchschnitt sehen. Das ist schon ja ein großes Stück. Gleichwohl muss man auch sagen, es sind natürlich auch einige Lohnsteigerungen durchgeführt worden. Viele sprechen da immer auch gleich von einer Preisspirale, dass das eine das andere hochdreht. Muss man natürlich schauen. Letztendlich können wir heute schon sagen, die Reallöhne sinken. Ganz klar, die Preise gehen einfach deutlich höher, als die Lohnsteigerungen sind. Und wir sehen auch später nochmal, da werden sich viele noch auf viele Preisverhandlungen einstellen müssen. Und das wird, glaube ich, dieses Jahr schwieriger denn je. Ja, du sagst ja schon, da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wer am Ende dann ja auch den erhöhten Preis begleichen muss, wer die Zeche hier auch zahlt. Und hier dann eben die Frage, die wir hier gerichtet haben, was ergibt sich daraus, was sind dann so die Folgen? Und ja, wir sehen ja doch sehr vielschichtige Folgen. Wir sehen einerseits, das konnte ich heute, ich habe es erwähnt, bei dem Autohaus hier dann auch erkennen, dass die Abverkaufszahlen, es wird alles verkauft, was da ist, obwohl die Preise ja enorm dann auch in die Höhe gehen. Auf der anderen Seite muss man das natürlich in Relation setzen zu den 18 Prozent, die sagen, sie haben geringeren Umsatz, also eben weniger abverkaufen können. Also wir sehen die Abwanderung der Kundschaft. Hier sagt jedes vierte Unternehmen, dass Kundschaft abwandert. Jedes vierte sagt auch, dass man Kunden verärgert, weil einfach die Lieferfähigkeiten nicht da sind. Und ich glaube, auch ein Punkt, den wir natürlich hier kritisch sehen müssen, aber sind wir schon bei der Frage, was kann man an Preise überhaupt weitergeben? Die Marschenverluste. Mehr als jedes vierte Unternehmen ist Marschenverluste hier beklagt. Was ist dir so besonders aufgefallen? Die Abwehrstrategie jetzt, den höheren Umsatz bei den Eigenmarken? Ja, das sind natürlich zwei Themen. Wir sehen hier ganz klar bei gleichbleibenden hohen Preisen, dass die Absätze gleich bleiben. Das ist natürlich ein starkes Signal dafür, dass wir aus der Corona-Krise mit einem großen Nachfrageüberhang kommen. Da ist einfach noch viel Nachfrage, die gestillt werden möchte. Wenn dann natürlich es zu Lieferproblemen kommt, dann zahlt das mit Sicherheit auch etwas auf das Thema eines Eigenmarken in den Vordergrund gerückt werden, wo ich dann irgendwie auch preislich noch eine gute Möglichkeit habe. Und Margenverlust, wir sehen es an dem Plus 5, was unten in der Legende für kleinere Unternehmen spricht, ist natürlich auch ein Signal dafür, dass jedenfalls bei kleineren Unternehmen die Marktmacht auch nicht so ausgespielt werden kann, was letztendlich dann auch in den Preisverhandlungen sich dann widerschlägt. Ja, schön. Du hast schon den Blick auf die Feinheiten, wie es deine Art ist, ja dann auch gelegt. Das rote Symbol, die kleinen Unternehmen. Da sehen wir ja interessanterweise, dass vielleicht kleinere Unternehmen, die dann vielleicht auch eher in Nischen jetzt platziert sind, dass sie halt enger an den Kunden vielleicht auch dran sind. Und da weniger Gefahr jetzt, das fand ich auch interessant, signifikant weniger Gefahr jetzt gesehen wird, Abwanderung der Kundschaft. Genau, da wirst du mit Sicherheit den richtigen Punkt angesprochen haben. Das sind diese Nischen, das ist diese Spezialisierung, wo ich gegebenenfalls von meinem großen Händler, der mich allumfassend bedient, eventuell dann abweichen kann in einzelnen Segmenten, was bei dem kleineren Händler, der da spezialisiert ist, eventuell sehr schwierig ist. Ganz klar. Ja, also gerade auch mal, ups, das ging jetzt ein bisschen zu schnell, auch wenn dieses Chart jetzt vergleichsweise einfach hier zu verstehen ist, ich würde auch mit einer aus meiner Sicht doch vergleichsweise klaren Botschaft, wir müssen uns und darauf stellen mich auch die Unternehmen ein, einfach auf eine langfristige, auf eine zumindest mittelfristige schwierige Situation einstellen, was das Thema Preise angeht. Ja, und ich glaube auch, dass bis zu einem Jahr, was ja das Gros der Teilnehmer ausgesagt hat, dass wir damit nicht auskommen werden. Dann werden wir uns anschauen, wo die Preiserhöhungen herkommen. Die kommen aus Energiekostenerhöhungen, aus Materialknappheit und Lieferengpässen. Energiekosten, auch wenn wir jetzt gestern dort mal an der Tankstelle was Schönes erfahren haben, das wird in drei Monaten wieder enden. Energiekosten werden hoch bleiben, Materialknappheit, branchenspezifisches Thema, aber Lieferengpässe hatten wir schon vorher, haben wir durch Corona noch viel mehr bekommen. Und wenn wir uns da die Entwicklung einschauen, einfach mal ein Beispiel aus der Pharmaindustrie. Wenn wir vor fünf Jahren zwei Drittel der Pharma-Produkte in Europa hergestellt haben und ein Drittel in China oder in Asien, Indien, China, dann ist es heute genau andersherum. Und das ist halt oftmals ein Thema, wo wir immer im Zuge von Lieferkettenengpässen drüber sprechen müssen. Wenn wir halt Lieferketten auf monetäre Effizienz ausbauen, dann werden wir langfristig dort immer wieder in diese Bedrohung kommen. Ja, leider. Ich hatte vorgestern auf einer Veranstaltung eine Kollegin hier vom Institut der Deutschen Wirtschaft hier gehört zu diesem Thema. Sie hat leider ähnlich wie du wenig Hoffnung gemacht, dass wir da eine schnelle Entspannung sehen, sondern wir werden uns da auch 2023 sicherlich auf einiges einstellen müssen. Ja, eine Entwicklung, die uns natürlich auch ein Stück weit Sorgen bereitet und dann eben auch die Frage aufwirft, ja, inwieweit sind denn die Großhändler in der Lage, hier dann neu zu verhandeln? Wer ist eigentlich in der stärkeren Position, der Zulieferer oder dann derjenige, der vielleicht die Nachfrage regelt? Und hier sehen wir eigentlich ein klares Bild. Spiegelt, glaube ich, auch die Rohstoffknappheit einfach wieder. Es spiegelt wieder, dass diese Produkte jetzt auch über andere Wege häufig gar nicht substituierbar sind. Und der Zulieferer in der stärkeren Position hier ist. Zwei Drittel der Fälle zahlt man eben den höheren Preis an den Zulieferern. Wenig verwunderlich bei den Preisentwicklungen am Markt, nur da Obacht auf jeden Fall an der Stelle. Es gibt natürlich viele Trittbrettfahrer, die an der Stelle das ausnutzen wollen, um einfach ihr Geschäft margenreicher zu gestalten. Und man muss halt deutlich besser vorbereitet in diese Gespräche gehen. Es sind sehr, sehr viele Gespräche, die Sie noch, wir haben es vorhin gesehen, es stehen noch bestimmt fünf Gespräche dieses Jahr aus. Und da sollte man, glaube ich, sehr gut vorbereitet reingehen, um da auch die eigenen Interessen durchsetzen zu können. Dann die Frage auch über die Preise. Das haben wir jetzt ja schon auch thematisiert, was darüber hinaus jetzt auch an Auswirkungen zu sehen ist durch den Krieg in der Ukraine. Natürlich sind steigende Preise das Stärkste. Das verwundert jetzt nicht, hat man ja eben schon aufgegriffen. Aber einfach auch Lieferverzögerungen, Lieferantenausfälle, Materialknappheit. Und bei allen Zahlen, die wir hier sehen, fand ich tatsächlich die rechts unten dann doch, und deswegen haben wir es ja noch mal gehighlighted, am beeindruckendsten, drei Prozent geben an, von keiner Beeinträchtigung hier betroffen zu sein. Das ist ja schon auch ein Wartesitz. Das ist ein Wahnsinn. Die richtigen Punkte sind dort aufgeführt. Es macht jetzt nicht so viel Sinn, sich die Einzelnen da rauszusuchen. Ich denke, es sind zwei, drei Punkte, die auf das Thema immer einzahlen. Und das ist einfach eine Diversifizierung der Lieferkette. Das ist einfach in naher Zukunft absolut möglich. Just in time, das hat sich so in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt. Aber ich glaube, der Fokus auf ein etwas größeres Lager zu setzen, Lieferanten in der Nähe zu haben, das sind Themen, die sich langfristig auszahlen werden, auch wenn sie im ersten Einkauf vielleicht noch nicht das günstigste Mittel sind. Ja, du hast das gesagt. Also zum einen können wir hier ablesen nach dem alten Schlager. Du bist nicht allein. Aber viel spannender ist ja zu gucken, wie können wir als Unternehmen darauf reagieren. Und das habe ich auch erlebt in Diskussionen, dass gerade auch der Großhändler sehr stark auch von strategischem Einkauf jetzt dann auch hier dann sich damit positionieren kann, dass da gute Großhändler eben tatsächlich, wie du es angesprochen hast, am Lager hier einiges hier mehr liegen haben als noch vor geraumer Zeit. Und wir müssen ja wirklich dann auch gespannt sein, in dieser Qualität, wie wir es ja auch kannten, überhaupt noch mal so zurückkommt. Oder ob wir nicht auf andere, vielleicht auch krisenfestere Mechanismen dann zurückgreifen müssen. Ja, das zum Krieg. Schauen wir auch vielleicht auf ein etwas positiv besetzteres Thema hier drauf. Wir wollten ja heute uns schwerpunktmäßig widmen, der Frage, wie erreiche ich meine Kunden optimal, B2B-Marketing und den Entwicklungen. Und wir wissen ja alle, natürlich ist auch B2B-Marketing im hohen Ausmaß digital geworden. Und wir sehen, es ist natürlich auch ein ganz klar strategisches Thema. Insofern auch genau richtig für heute. Ja, absolut. Es ist strategisch. Es gibt immer mehr an Relevanz. Wir sehen es, dass halt auch die B2B-Umsätze vornehmlich immer mehr in digitale Strecken gehen. Und dass man auch dort dann die entsprechenden Marketingaktivitäten platziert, ist nur gut und richtig an der Stelle. Ja, und dann aber zu den Herausforderungen. Und mir ist da auf den ersten Blick aufgefallen, dass man doch sieht, wir haben es mit wirklich vielen Herausforderungen zu tun. Man kann jetzt nicht sagen, wir können eine, zwei oder drei herauskristallisieren. Letztlich die Spannweite, hier sind gerade mal acht Prozentpunkte, die wir sehen jetzt von der Top-1-Herausforderung, kanalübergreifend oder wie man dann in B2C ja sammelt, der Omni-Channel, den Begriff werden wir nachher sicherlich auch noch in dem einen oder anderen Vortrag hier hören, bis zu der Frage, in welchen Content, welche Inhalte spiele ich da überhaupt aus? Da sehen wir ja doch wirklich einen ganzen Strauß, der dafür spricht, sich wirklich da intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, so dynamisch sich der Markt entwickelt, so schön diese Entwicklung mit zu verfolgen ist, so ist es natürlich auch immer schwieriger für die Unternehmen, die richtigen Kanäle zu finden und auch die relevanten Kanäle zu bespielen. Das ist natürlich ein wachsender Markt, der sich auch irgendwann konsolidieren wird, aber aktuell wird es immer noch schwieriger, dort die richtigen Kanäle zu finden. Wie gesagt, das ist etwas, was sich mit Sicherheit am Ende des Tages auch mal wieder relativieren wird. Wenn ich mir die mangelnde Digitalisierung anschaue oder auch den richtigen Content, zielgruppenrelevante Inhalte zu finden, ein großes Manko, was die Digitalisierung mit uns bringt, ist natürlich das Aufzeigen unserer eigenen Schwachstellen. Denn wenn wir da uns anschauen, wie sind unsere Stammdaten gepflegt, wie sind die Systemintegrationen, kann ich dort auch immer die richtigen Kunden bespielen? Denn KYC, Know Your Customer, ist im B2C-Bereich mal deutlich einfacher gestrickt. Da weiß ich, mit wem ich spreche. Wenn ich allerdings ein Unternehmen marketingtechnisch akquirieren oder bespielen möchte, dann ist es dann natürlich entscheidend, wen bespiele ich dort? Den Leiter Marketing, Leiter Rechnungswesen, Geschäftsführer, wen möchte ich denn dort ansprechen? Und das ist natürlich eine große Herausforderung, um das dann auch in der Praxis umzusetzen. Das finde ich interessant, Panderweil. Das wird mir mantraartig auf jeder Veranstaltung eigentlich entgegenhalten. Marketing und generell, was man im B2B-Bereich macht, ist ja viel komplexer als im B2C. Und Marketing natürlich auch. Würdest du das so vorbehaltlos unterschreiben oder macht man es sich da nicht manchmal auch zu leicht, jetzt aus einer Unternehmenssitzung zu sagen, ach, das bei uns ist eh alles sehr viel komplexer als jetzt die im B2C-Segment? Ja, was heißt komplexer? Die Digitalisierung hilft uns dort ja immens. Aber es ist das Thema, was ich vorhin auch aufgeworfen habe. Es zeigt uns aber auch unsere Schwachstellen. Wenn wir dort selber gut aufgestellt werden, man sagt das so schön, shit in, shit out. Aber wenn ich selber gut aufgestellt bin, meine eigenen Daten, die von meinen Kunden und Lieferanten ordentlich gepflegt habe, dann werde ich auch dort nicht die großen Herausforderungen haben. Die Herausforderung ist vorne, alles sauber aufzustellen. Das trifft aber nicht nur das Thema Marketing, sondern auch viele andere Bereiche. Gerade Standarten ist ein Thema. Ja, Standarten ist ein Riesenthema. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal für die B2Best auch nochmal ein Deep Dive wert. In der Tat erleben wir es leider zu oft, dass wir zwar und das ja durchaus auch nicht falsch vom Kunden her denken und diese Sachen, die ja schon flashy sind, auch versuchen zu bespielen, es dann aber an der mangelnden Datenqualität auch scheitert. Und ich bin mir sicher, dass wir den Punkt auch nachher in der Diskussion noch aufgreifen werden. Hier finde ich auch verschiedene Aspekte hier hochinteressant. Möchte dir aber ausnahmsweise mal den ersten, was ist dir so aufgefallen, als du das Chart zum ersten Mal gesehen hast? Also erst mal war ich sehr erfreut über die hohen Werte. Das ist etwas, glaube ich, hätten wir die Befragung in die Richtung vor drei Jahren, vor vier Jahren gestellt, hätten wir doch noch ganz, ganz andere Werte. Da war ich erst mal äußerst positiv überrascht. Sehr schön. Natürlich sind so Bereiche wie E-Mail-Marketing, Newsletter, ich will nicht sagen, ist schon fast wieder über, aber schau in deinen Postkorb rein, wie viele Einladungen, Newsletter hast du heute bekommen? Also wahrscheinlich viele. Einen spannenden Punkt finde ich hier unten, Lead-Generierung über registrierungspflichtige Inhalte, ist mir an der Stelle noch fast zu wenig. Denn eins ist ja mal klar, wenn der Kunde digital auf uns zukommt, dann ist er für uns anonym. Und gerade über solche Mechanismen kann ich den Kunden halt kennenlernen und kann den Kunden irgendwo greifen. Wie gesagt, schön, wie hoch die Werte sind, können mit Sicherheit noch steigen. Gerade bei so einzelnen Punkten, die hier unten angesiedelt sind, würde ich mich freuen, wenn da noch mehr investiert wird. Ja, unterstreiche ich absolut, was du gesagt hast. Zunächst mal echt auch mit Freude, dass man sieht, hier passiert was und man setzt auf viele Wege zum Kunden, weil das ist ja das, was wir sehen, der Kunde bestimmt. Und deswegen werden wir doch sehr unterschiedliche Kanäle sehr intensiv bespiegeln. Ein Stück weit muss uns natürlich immer sorgen, wenn wir sehen, du hast ja vorhin auf die lachsfarbenen, kleineren Unternehmen hingewiesen. Social Media, ich glaube, das ist ja eigentlich gerade eine Chance, auch Personen nach vorne zu bringen. Kleinere Unternehmen haben da gar nicht so starke Nachteile. Größennachteile vielleicht bei anderen Instrumenten. Da sehen wir doch deutlichen niedrigere Werte. Auf der anderen Seite auch realistisch, ich sag mal, das Thema Unternehmens-App. Da kennen wir ja auch genug Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben, aber wo man von vornherein eigentlich sagen würde, es macht für deinen Use Case, für deine Größe überhaupt gar keinen Sinn, da rein zu investieren. Gibt es andere Wege und wir sehen natürlich auch, dass das Thema Online-Shop naturgemäß für den Großhandel ein leichteres Thema ist, als für den Hersteller, der da natürlich auch direkt in Kanalkonflikte hier reinkommen kann, zumindestens. Also da glaube ich auch nochmal eine Aufforderung, das ist durchaus ja eine komplexe Darstellung, sich im Nachgang zu dieser Veranstaltung nochmal genauer mit den Vito-Best-Baronetern in einzelnen Instrumenten zu beschäftigen. Und das ist ehrlich gesagt mein Lieblingschart, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen komplex ist, aber ich weiß, dir hat es auch ganz gut gefallen aus dem Vorgespräch, weil es, glaube ich, eine hohe Aussagekraft dann noch ermöglicht. Ja, könnten wir uns sehr lange über dieses Chart-Schnall einunterhalten, aber da müssen wir auch ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Schade fand ich ein bisschen, wenn wir uns die ersten beiden Spalten von links nach rechts anschauen, dass die Werte doch eigentlich sehr gering sind. Es wird zwar viel gemacht, aber fand ich doch zu gering die Werte. Rechts, Kundeninteraktion, habe ich irgendwie ein anderes Verständnis von, wenn ich mir die Werte dort anschaue, weil das sind Themen, wo ich sage, es ist doch super, super wichtig, mit dem Kunden zu interagieren und dass dann so kleine Werte auf Webseiten, bei Social Media aufgeführt sind, ist mir klar, warum. Es wird ungern gemacht, es ist ultra kompliziert, wir sehen später noch verschiedenste Social Media Kanäle, die alle auch gleichzeitig zu steuern, aber wenn ich schon den Auftritt dort mache und dann keine Kundeninteraktion haben möchte, dann sollte ich das vielleicht noch mal überdenken. Ja, da gebe ich dir auch hier wieder absolut recht. Man muss natürlich auch keine einfache Frage, die wir da den Unternehmen auch gestellt haben, weil wir ja wirklich auf ein Hauptziel gegangen sind und diese Ziele hängen ja auch irgendwo miteinander zusammen. Aber mit Blick auf die Zeit müssen wir tatsächlich schon aufs nächste Thema hier sprechen. Da hätte mich jetzt interessiert, inwieweit tatsächlich, aber wir haben natürlich nicht vor einem Jahr beispielsweise diese Frage dann auch gestellt, inwieweit der Preis jetzt natürlich noch mal stärker in den Fokus gerückt ist und damit eben auch die Rabattaktionen, auch die vor einem Jahr hier auch Nummer eins gewesen wäre, Nummer zwei dann eben versandkostenfreie Lieferung. Das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt sehr intensiv auch schon haben, jetzt auch im B2C-Bereich im Bezug zumindest auf die Retoure und ansonsten sehen wir dann an Punkt drei glaube ich ein ganz wichtiges Thema, weil wir dann eben da wieder beim Thema Kundenbindung sind. Die Frage, Kundenkarte vielleicht auch die Möglichkeit gibt, beim Pricing ein bisschen intelligenter vorzugehen und einfach nur Rabatt für alle. Ja, sind viele Punkte, die dort aufgeführt sind. Und mich erinnert das immer an Außendiensttätigkeiten, gerade wenn wir im B2B-Bereich sprechen, das ist doch der Außendienstmitarbeiter, der oftmals für die Kundenbindung gesorgt hat und diese, ja ich sag mal, diese Feinskills, diese Softskills, die da immer mitgebracht worden sind, die müssen wir jetzt versuchen auf digitale Kanäle zu übertragen und da sind das viele von noch vielen Punkten, die man dort berücksichtigen kann. Schauen wir uns die großen Player an, das ist deren Spielwiese. Wer in Amazon, der streichelt sich die Hände dabei und sagt, das ist genau meine Spielwiese, da kann ich meine Stärken ausspielen und da müssen wir einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, schauen wir uns die Social Networks an, da werden wir ja von Melissa und von Volker von Adobe nachher einiges noch speziell dazu hören. Ja, wir reden tatsächlich auch im B2B-Bereich schon auch über TikTok noch ein bisschen von den Werten her weiter hinten als andere. Wir sehen doch, da ist Facebook noch die klare Nummer 1, wo wir ja im B2C-Segment gerade bei den Jungen das schon lange hier nicht mehr sehen, aber mich persönlich hat jetzt dann auch überrascht Instagram schon quasi gleich auf bei Facebook. Hättest du das erwartet? Nein, hätte ich nicht erwartet. Man muss einschränkend dazu sagen, dass die Werte natürlich nur von den Unternehmen kommen, die auch im Fragebogen gesagt haben, wir beschäftigen uns mit Social Media Marketing, deshalb die hohen Werte an der Stelle, aber ja, wie du sagst, Instagram hätte ich dort nicht so hoch eingeschätzt. Es kommt natürlich auch immer auf die Branche drauf an, auf die Zielgruppe, die ich da erreichen möchte. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, Mensch, TikTok, da bin ich noch ein bisschen verhalten, und ich sehe meinen Branchenschwerpunkt eher woanders, aber schön ist auf jeden Fall, dass es von vielen genutzt wird und auch divers genutzt wird. Schwierig wird es natürlich, die alle auch zu handeln. Da ist natürlich ein professionelles Bearbeiten über, ich sag mal, ein Dashboard und sich nicht bei Instagram und bei Facebook einloggen zu müssen, das sind natürlich wichtige und essentielle Themen da. Und hier vermischt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, wir haben ja die Marketingkanäle und wir haben ja auch aus dem HR-Bereich Recruitingkanäle, wenn wir an LinkedIn singen und TikTok, ja auch den TikTok, ja gerade vielleicht viele Großhändler, deswegen spannend, weil man da Azubis vielleicht auch auf sich aufmerksam machen kann und vielleicht weniger, um ein Handwerk zu begeistern, dass er eine neue Ohr-Tangentier dann auch kauft. Aber da werden wir, wie gesagt, nachher mehr hören. Hier, ja, das ist ja eine super spannende Frage aus meiner Sicht, nämlich den Erfolg zu messen, da geht es ja schon manchmal los, man fragt, was sind denn überhaupt die KPIs, neue Kanäle, neue Spielregeln, neue Möglichkeiten, die man hat, aber auch durchaus eine Schwierigkeit, das den Kanal einzeln zu beurteilen, zu messen und dann leben wir noch in einer Mehrkanalwelt, also, auch gar nicht so einfach und ich kann die Gründe hier absolut nachvollziehen, die genannt werden, das kostet natürlich schon auch eine Menge Zeit, meistens hast du nicht die richtigen Tools und du hast auch nicht genug Ressourcen, das ist ja ein Thema, was wir schon oft auch diskutiert hatten, also, es kommt für viele doch leider zu kurz, aber ich persönlich fand das schon auch ermutigend, dass zumindest die großen Unternehmen von sich sagen, muss man immer sagen, selbst für Fremdbild, sie messen das doch sehr regelmäßig. Ja, das war auf jeden Fall schön zu sehen und auch nicht ganz verwunderlich, denn wenn wir uns die Relevanz von digitalen Kanälen anschauen, wo wir die auch dann digital mit Marketingaktivitäten bespielen, es ist halt nicht ein zusätzlicher Zweig, der dadurch die Digitalisierung entsteht, sondern es wird zukünftig einer der relevantesten Kanäle sein und ein Außendienst Mitarbeiter, viele andere Dinge würde ich auch weiterhin schuhen und deshalb ist es absolut essentiell, dort zu schauen, welche Aktivitäten gut greifen, denn ich sage mal, Henry Ford hat vor einigen Jahren ja schon das 50%-Beispiel gegeben, das kennen wir alle, wir sind aktuell in anderen Zeiten, wo wir uns die 50% anschauen können und die zu 80% machen und das sollten wir auch tun, aber es wird schon getan, ein bisschen Luft nach oben haben wir noch, aber wenig Zeit. Ja, wenig Zeit ist auch für uns leider schon das Stichwort noch ganz kurz zum Thema Marketing Automation, auch das hatten wir hier abgefragt. Ich finde, das jetzt schon ein vergleichsweise authentisches Bild, dass man sagen kann, die meisten sind jetzt auf dem Weg bei dieser Reise, fangen es an, weil einfach die Potenziale so groß sind, sind auch schon fortgeschritten, aber noch lange nicht wirklich professionell und wie ist da dein Eindruck auch, das hängt ja auch damit zusammen, das haben wir ganz rechts abgetragen, dass es natürlich auch sehr viele Einsatzbereiche gibt, wo es einfach Effizienzvorteile bietet. Es halte auch das Thema ein, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, wie sind meine Daten aufgestellt? Ich kann uns selber auch so zu diesen 56% zählen, wo wir auf jeden Fall schon richtig gut unterwegs sind, aber da gibt es noch einiges, was wir verbessern können. Wir sind auch mit einem dieser Tools verbunden, die da aufgeführt sind, aber es bleibt am Ende des Tages, es ist wichtig, was habe ich für Themen, was habe ich für Daten, die ich dort einpflegen kann, Shit in, Shit out, also auch da, selbst wir, die, wo wir ja mit Daten sehr, sehr professionell umgehen, merken auch da, dass wir noch, ja gerade auch, was das eigene Vertriebliche angeht, dort noch ein bisschen besser uns aufstellen können und deshalb ist das ein Schad, da kann ich sehr gut mit leben, da fühlen wir uns komplett wohl, aber zeigt aber auch, dass wir noch Einliches an Luft hatten, darum. Ja, ganz kurz hier noch die Key Takeaways in the nutshell, wie man auf Neudeutsch hier seid, insgesamt eine doch durchaus positive Stimmungslage, die wir im B2B-Handel haben, bei allen Schwierigkeiten, die jetzt bei der Lieferketten-Seite hier noch deutlich verschärft werden, blicken die meisten Unternehmen doch sehr positiv auf die Zukunft, bei allen Herausforderungen. B2B-Marketing wird in den allermeisten Unternehmen erkannt als wichtiges strategisches Thema, es steht auf der Agenda drauf, es ist auch schon der Fuß auf dem Gaspital drauf, aber es sind jede Menge Herausforderungen, glaube ich, für die Unternehmen, was auch damit zusammenhängt, das haben wir diesmal ja nicht thematisiert, dass man ja beispielsweise geeignetes Personal einfach auch ein großes Thema ist und es werden tatsächlich noch viele Potenziale verschenkt, das haben wir zum Schluss ja dann gesehen, zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen, ich kann nicht, ich setze nicht genug auf Automatisierung in den jeweiligen Bereichen, also es gibt noch eine ganze Menge zu tun und das ist ja vielleicht auch hier ein guter Punkt hier für den heutigen Nachmittag, weil wir uns ja genau der Frage widmen, wie kann ich die Potenziale im B2B-Marketing heben und insofern sehe ich die Ergebnisse zusammenfassend als Bestätigung, dass wir heute auch das richtige Thema herausgegriffen haben, Christian, vielen, vielen Dank für deine Analyse, präzise, zum Glück, du hast ja auch immer wieder auf die Uhr geschaut, haben wir es so halbwegs geschafft, man muss zu unserer beider Ehrenrettung sagen, wir haben diesmal ja zwei Schwerpunktee mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen und im B2B-Marketing, insofern sei es unser Team, dass wir ein bisschen überzogen haben, es gibt den B2B-Barometer im Nachgang, wie gesagt, nochmal zum Nachlesen mit allen Charts, Christian und ich haben ja nur die aus unserer Sicht jetzt spannendsten für heute herausgelegt, da ist noch viel mehr drin, unbedingt runterladen, aber eben erst nach der Veranstaltung. Für den Moment sage ich vielen, vielen Dank, Christian, du wirst ja nachher dann auch wieder dabei sein in der Podiumsdiskussion und dann, wenn man reingeht in die Deep Live Session, danke bis hierhin.